Tja, jetzt in der Vorweihnachtszeit ist man ja ab und zu schon mal ein bisschen gestresst. Da geht das los mit den Weihnachtsgeschenken und habe ich alle Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie. Und was koche ich denn, wenn die Familie kommt? Und die Wohnung muss ja noch geputzt werden. Stress pur. Da wäre es doch Zeit mal für eine richtige Entspannung, oder? So ein ganz kostenspieliges Fünf-Sterne-Hotel. Oh, na gut, das ist vielleicht auch ein bisschen teuer wieder. Ja, stimmt natürlich auch. Wie wäre es denn, wenn Sie sich Ihr Fünf-Sterne-Hotel zu Ihnen nach Hause holen? Klingt doch gut, oder? Und das ist auch möglich, nämlich mit Carsten Ruhland, mit mir und mit unseren Produkten. Ja, ich habe gerade lachen müssen. Du hast nämlich genau das wiedergegeben, was meine Frau auch schon seit zwei, drei Wochen sagt. Weihnachten ist Stress pur. Was soll ich einkaufen? Was soll ich wie vorbestellen? Wie dekorieren wir das Ganze? Und so weiter. Es ist schön, wenn es dann endlich soweit ist, wenn man dann endlich das Glöckchen läuten kann und endlich dann doch die ruhige und beschauliche Weihnachtszeit beginnt. Schöne Geschenke, den haben wir dabei. Wellness und Beauty wird unser Thema sein. Und das erste haben wir schon vor uns liegen. Einfach wie genial, weil das ist ein Duschkopf, der tatsächlich die Farbe wechselt. Und das je nach Wassertemperatur. Genau, grün wäre alles sozusagen im grünen Bereich. Man spricht hier von 32 Grad. Das würde dann so aussehen. Wir haben aber auch noch blau. Das wäre dann 32 und 40 Grad. Dann violett bei 40 bis 45 Grad und rot bedeutet dann tatsächlich out, heiß. Ja, ich finde das einfach super, weil du natürlich hier keine separate Stromquelle brauchst. Das heißt, du brauchst also keine Batterie und erst recht natürlich keinen Stromanschluss. Grundsätzlich funktioniert das ganz einfach nur mit der Kraft des Wassers. Und ich finde es einfach lustig, weil es lustig aussieht, wenn natürlich hier anhand der Farbe ganz klar erkennbar ist, mit welcher Wassertemperatur gerade derjenige, der unter der Dusche steht, seine Dusche genießt. Zum anderen ist es aber auch ehrlich gesagt ausgesprochen entspannend. Ich habe den Duschkopf selber also auch zu Hause schon mal ausprobiert. Meine Frau ist schlichtweg begeistert und ich persönlich mag dieses Farbenspiel also auch gerade morgens. Das holt mich so ein bisschen aus so meiner morgendlichen Liturgie heraus. Das macht mich einfach so ein bisschen wacher, ein bisschen fitter, wenn es da über mir ein bisschen blitzert und blinkt. Finde ich ganz, ganz toll. Der ist übrigens auch hochwertig verarbeitet. Man sieht ja, ist hier schön verchromt. Also richtig hochwertig und wertig auch, wenn man den so anfühlt. Er ist richtig schön, auch gerne mal als Weihnachtsgeschenk. Und der passt wirklich auf alle handelsüblichen Duschschläuche. Und dass man damit auch noch den Kindern so ein bisschen das mit den Farben beibringen kann, finde ich toll. Dass man sagt, rot, da musst du aufpassen. Das ist ja wie mit einer Ampel auch. Bei grün darfst du dich dann duschen. Ja, das finde ich ganz toll. Und das schreiben auch übrigens unsere Kunden. BB aus Lüttenscheid schreibt uns dazu, seit ich diesen Duschkopf habe, macht Duschen dreimal so viel Spaß. Die passende Temperatur für mich ist blau und blau ist bekanntlich beruhigend. Es ist ein Traum, bei völliger Dunkelheit unter die Dusche zu gehen und dann in blaues Licht getaucht, das Duschen genießen zu können. Ich kann diesen Duschkopf allen Dusch-Junkies empfehlen, denn auch sie werden ihr blaues Wunder erleben. Vielen Dank an Pearl TV. Ja, wir haben Danke zu sagen. Und Sie sehen hier natürlich auch nochmal den Preis. Das ist schon Wahnsinn. Wir reden hier von 16,06 Euro. Wahnsinn. Also das ist wirklich Spitzenklasse. Und wie sagt man so schön, grün ist die Hoffnung. Bis 32 Grad wird der Duschkopf grün erstrahlen. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass das Wasser noch ein paar Grad wärmer wird. Ja, stimmt. Ja, und LEDs, die verbrauchen ja auch nichts. Da hat man hier wieder den großen Vorteil, dass man hier jetzt nicht allzu viel verbraucht. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Das kommt auch noch dazu. Ganz genau. So, die NC3166 und die 569 für unseren LED-Duschkopf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, aus privaten Gesprächen, mal abseits der laufenden Live-Sendung, hat, glaube ich, die halbe Firma Pearl mittlerweile diesen LED-Duschkopf. Von der Alex weiß ich ganz genau. Nämlich auch noch eine Tochter im Teenager-Alter. Und auch mein Sohn ist schlichtweg begeistert. Selbst der geht mittlerweile gerne mal etwas häufiger unter die Dusche. So, jetzt kommen wir mal an die richtig entspannten Elemente ran. Und das ist etwas, das habe ich, wann war das, gestern, vorgestern, als ich so verspannt hier zur Tür reinkam. Da kam ich, also habe ich mich irgendwie, bin ich abends am Sofa eingeschlafen, natürlich im Sitzen. Und konnten wir uns also gerade mal so machen, da war Feierabend. Da habe ich mir genau diese Massageauflage genommen, habe sie mir oben drauf gesetzt, habe mich ein Stück weit zurückgelehnt an den Stuhl und habe mich erst mal durchkneten lassen. Und glauben Sie mir, es war eine Wohltat. Ich meine, wer kennt das nicht? Man freut sich auf die Badewanne, will sich da schön entspannen und es gemütlich machen, nimmt sich ein Handtuch und rollt da so zu einer Sushi-Rolle, damit man es sich schön in den Nacken legen kann, kommt vor, weil man das Duschshampoo holen will und was passiert? Das Handtuch fällt in die Badewanne. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Das hier ersetzt jetzt unser Handtuch. Das ist nämlich unser Wirp oder unser Massagekissen. Das ist wasserfest und vor allen Dingen kann es auch nicht mehr in die Badewanne fallen, weil es hat ja an der Rückseite hier so kleine Saugnäpfchen. Damit kann ich super gut festmachen, drei Stück an der Zahl. Kannst aber auch rausnehmen zum Beispiel hier, guck mal, wenn du die jetzt einfach mal auf den Stuhl oder was drauf machen möchtest oder wenn du es jetzt einfach mal irgendwo anders draufsetzen willst, für die Waden, für die Oberschenkel übrigens auch sehr, sehr entspannt. So, das war aber noch lange nicht alles, denn ich drehe es nochmal um, beziehungsweise seitlich und da sehen wir hier ein Knöpfchen. Und wenn ich den jetzt hier drücke, dann passiert etwas, nämlich mein Massagekissen fängt an zu vibrieren. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mal richtig verspannt sein sollte, da ist das eine absolute Wohltat. In zwei verschiedenen Intensitätsstufen kann ich es wählen und dann kann ich mich so richtig entspannen. Ich finde das einfach super, weil wir natürlich hier von einer wasserfesten Angelegenheit sprechen. Du hast es gerade schon erwähnt, Handtücher oder irgendwelche anderen Geschichten, die rutschen einem immer. Wenn man sich einmal kurz bewegt, dann einmal ins Wasser durch, das ist ärgerlich. Dieser hier hält einfach an der Keramik Ihrer Badewanne ganz hervorragend fest. Aber nochmal bitte, das ist nicht nur für die Badewanne perfekt geeignet. Wenn Sie gerade auch eine stehende Tätigkeit ausüben oder vielleicht mal etwas länger unterwegs waren draußen, vielleicht ein bisschen Sport gemacht haben und einfach etwas verspannt sind, nicht nur im Nackenbereich, vielleicht tun Ihnen auch die Oberschenkel oder die Waden, die Beine im Allgemeinen etwas weh, kann man den natürlich auch jederzeit so hinlegen und dann ganz einfach seinen Arm oder seinen Bein, grundsätzlich seine Extremitäten drauflegen, um dann natürlich auch nochmal durch diese Gefühlsnoppen, die hier die Oberfläche abrunden, dann auch nochmal so eine richtig schöne Massagefunktion zu haben. Ist ausgesprochen angenehm, allein auch durch diese beiden Stufen, die wir da haben. Entweder etwas dezenter oder natürlich etwas intensiver von der Stärke her. Wen die Anne das schon gezeigt hat, wird das hier an der Seite ganz einfach eingeschaltet. Stimmt. Also hier befindet sich das Kernstück. Das kann ich auch rausnehmen, wenn ich sage, ich mag es lieber ohne Vibration. Das ist auch gar kein Problem, aber Sie sollten es auf jeden Fall mal austesten, weil für einen Preis von 18,91 Euro ist das Massagekissen für mich die ultimative Erfindung, weil ich habe zum einen meinen Nacken gestützt, was ja auch ganz wichtig ist, genau da haben wir das Herzstück. Und ich habe noch diese angenehmen Vibrationen und ich kann es wirklich überall anwenden. Ob das jetzt für die Füße ist, die Knie, der Rücken, Oberschenkel, Waden, Schultern, überall einsetzbar. Ich finde das super. Wie gesagt, es hat mir also gestern oder vorgestern, ich meine, es war gestern war es, gestern war es mal angefangen, gestern war Montag. Ich weiß nicht, wann du es benutzt hast. Doch, doch. Ich war nicht dabei. Es war wirklich sehr angenehm. Ich bin also wirklich abends auf dem Sofa eingeschlafen, habe dann so leicht in einer halbgekrummten Haltung da gelegen. Das habe ich eben am nächsten Morgen gespürt. Ich brauchte irgendwas mit Massage. Nur ich sage mal, jetzt dann extra noch mal zu einem Masseur oder was zu fahren, das ist ja völliger Blödsinn. Dann doch lieber so eine Geschichte. Ich bin zu uns ins Lager und habe gesagt, komm, gib mir mal das Massagekissen. Ich habe eine 10-minütige Massage genossen, die ich Ihnen wirklich nur empfehlen kann. Und wenn Sie das auch noch in der schönen, warmen Badewanne genießen, nach einem anstrengenden Tag, nach einem Weihnachtsmarktbummel oder nach ein paar stressigen Feiertagen, ist das umso angenehmer. Die NC5110 und die 569. Der Preis liegt hier bei unter 20 Euro, wobei wir nicht nur das Massagekissen für Ihr Wohlbefinden im Programm haben. Wir werden noch etwas weiteres zeigen. Und das haben wir mittlerweile schon etliche Hunderte, um nicht zu sagen tausende Male, verschicken dürfen. Denn das ist wirklich Luxus pur, was wir jetzt zeigen. Es gibt ja in den ganz teuren Hotels, in den Fünf-Sterne-Hotels, gibt es ja die sogenannten Jacuzzis. Also dieser Whirlpool. Und das ist schon was Tolles, was Feines. Das genießt man. Am liebsten würde man es jeden Tag genießen, weil es so schön ist. Aber ganz ehrlich, jeden Tag im Fünf-Sterne-Hotel, das geht ein bisschen ins Geld. Und dennoch sagen wir, doch, Sie könnten das jeden Tag haben. Mit unserer Whirlpool-Matte für Ihre Badewanne. Und das ist was richtig Praktisches. Hier sehen Sie es auch nochmal, wie das dann eingesetzt wird. Ganz genau. Was hier natürlich noch fehlt, ist jetzt das eigentliche Blubbern. Und dieses Blubbern kommt aus insgesamt 44 Wohlfühldüsen. Das sind diese blauen Elemente, die Sie hier haben. Das heißt, über den Schlauch dieser Pumpe an der Seite wird also Luft hier reingepumpt. Und natürlich liegt die Matte dann unter Wasser. Das heißt, die Luft wird hier wieder rausgedrückt, sodass dann also dieser typische Sprudel, dieser typische Whirlpool-Effekt entsteht. Zwei Intensitätsstufen haben wir. Auch hier haben wir wieder zwei verschiedene Programme. Das heißt, entweder haben Sie es etwas sanfter oder etwas intensiver. Je nachdem, wie hart oder wie relaxed denn Ihr Tag war. Wobei, sowas gönnt man sich eigentlich ganz gerne nahezu jeden Tag. Denn jetzt wird es das einfach bezahlbar. Jetzt auch du für den Sohnemann, stell dir mal vor, für die Kiddies, du machst da noch ein bisschen Schaum mit rein. Großartig. Es gibt ja Kinder, die baden nicht so gerne. Und abends baden und waschen, muss das jetzt sein? So ein bisschen wie Katzen, so ein bisschen wasserscheu. Und wenn man da aber noch ein paar Tröpfchen Schaum zufügt, dann wird es ein reines Plubberbad, ein schönes Erlebnis für die Kinder. Oder aber auch, wenn Sie sagen, ich möchte mal entspannen. Denn unser Kernstück hier, der verfügt auch über einen sogenannten Aromaölbehälter. Das heißt, ich könnte da jetzt zum Beispiel ein paar Tröpfchen Lavendelöl für die Entspannung hineintun. Oder jetzt geht die Erkältungszeit wieder los. Auch gern mal so ein bisschen Eukalyptusöl. Das befreit die Atemwege auf natürliche Art und Weise. Das ist ehrlich gesagt sehr angenehm. Wenn du den ganzen Tag sowieso eigentlich kaum atmen kannst, wenn du wieder komplett verrotzt und verschnieft bist, ist das immer eine sehr angenehme Angelegenheit, sich abends auch einfach mal entspannt in eine heiße Badewanne zu legen. Dann tun die Glieder vielleicht nicht mehr ganz so weh. Dann hat man die Atemwege vielleicht auch wieder etwas freier. Und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Aromaöl ergänzen kann, ist das keine schlechte Idee. Wie gesagt, ein kleiner Aromaölbehälter ist mit dabei. Damit Sie natürlich nicht jedes Mal raus müssen aus der schönen, warmen Badewanne, um vielleicht das Gerät zu bedienen, haben wir natürlich auch eine praktische Fernbedienung mit dabei. Auch die mit einem Saugnapf ausgestattet. Das heißt, die kannst du ganz entspannt neben dich an die Seite der Badewanne packen. Und auch dazu habe ich wieder ganz viele Kundenstimmen. Eine möchte ich Ihnen davon mal hier rauspicken. E.H. aus Greven schreibt uns, super, die Matte in die Badewanne reinlegen, Wasser einlassen, Schlauch an das Gerät anschließen und wenn der Wasserstand erreicht ist, in die Badewanne legen. Kindern macht dieses Gerät eine Menge Spaß. Wenn noch ein Tropfen Shampoo hinzugegeben wird, dann wird aus der Badewanne ein Schaumbad. Das stimmt. Auch Kinder kann man hier dazu verleiten, dass Baden wieder Spaß macht. Und vor allem der Preis, überleg mal, 66,40 Euro ist schon wirklich ein wahnsinnig toller Preis. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, denn Weihnachten verschenkt man auch ganz gerne mal Wohlfühlerlebnis. Und diese Badewannenmatte ist natürlich auch schön, weil es hat den Vorteil, du kannst auch nicht mehr in der Badewanne ausrutschen. Das kommt noch ganz entscheidend dazu. Da haben viele ältere Menschen einfach auch Schwierigkeiten mit. Dann hast du dann eben diese Rutschstopper in Form von irgendwelchen komischen Seesternen oder sowas dann in die Keramik reingeklebt. Da freut sich der Nachmieter sehr drüber. So, diese Matte wie hier wird natürlich mit den stabilen Saugnäpfen entsprechend an ihrer Position gehalten. Und auch der Schlauch von der Pumpe zur eigentlichen Blubbermatte ist schön lang mit 2,40 Meter. Können Sie also gerne entweder im Raum belassen oder gerne auch mal in den Nebenraum stellen, wenn Sie es absolut ruhig haben möchten. Mit 2,40 Meter Länge ist das schon super. Und das ganze Stück ist eben dann mit der Fernbedienung zu- bzw. abschaltbar. So ist die NC 5455 und die 569 für 66 Euro und 41 Cent bieten wir Ihnen unsere Whirlpool-Matte an. Unsere Kunden sind begeistert. Probieren Sie es einfach mal aus. Wobei wir jetzt noch eine weitere Wellness-Massage-Kombination für Sie haben. Eine 3 in 1 Badewannen-Massage-Funktion, die wir ebenfalls schon etliche, hunderte Male verschicken durften. Und die ist sicherlich mindestens genauso gut, oder? Waren Sie schon mal in einem Wellness-Temple? Da ist eine ganz große Besonderheit. Nämlich, da arbeitet man viel mit Licht. Es gibt ja auch die sogenannten Licht-Therapien. Denn verschiedene Lichtfarben, die regen so bestimmte Körperregionen an. Und da ist zum Beispiel Grün sehr beruhigend. Und hier ist das auch so, dass ich ein 3 in 1 Wellness-Gerät habe. Also einmal unsere Massagenoppen. Da haben wir hier zum Beispiel so kleine Perlen, die durchblutungsfördernd wirken. Oder hier unsere Lufferaufsätze, auch ganz gern mal für die Hornhaut. Die kann ich hier alle einfach umstecken, je nachdem, welches Bedürfnis ich gerade habe. Und schon geht das los. Das macht gar nicht großartig Arbeit. Und dann drücke ich nur noch auf Massage. Dann habe ich hier auch was ganz Cooles. Und zwar unsere Jet-Düse. Und die vermittelt mir ebenfalls noch mal das Gefühl von einem Jacuzzi. Ja, ganz genau. Ich sage mal, man kann das natürlich so einstellen, dass Sie entweder diesen Wasser strahlen. Und Sie kennen es aus dem Schwimmbad, aus dem Hallenbad beispielsweise. Oder auch aus den Entspannungsbecken, vielleicht auch in der Sauna. Dass man da natürlich auch ein Stück weit seinen Nacken mitmassieren kann. Ist eine sehr sanfte Art der Massage. Wobei man auch hier natürlich die Intensität jederzeit nach seinem ganz persönlichen Gusto einstellen kann. Ist übrigens auch eine sehr angenehme Geschichte. Auch mal für die Füße. Gerade unter den Füßen. Ich sage mal, ihr Mädels wisst wahrscheinlich eher, wovon wir da reden müssen. Warum? Gerade bei den hohen Hacken, wenn ihr da mal ein paar Stunden gelaufen bist, sagt meine Frau auch immer, oh mir tun ganz ordentlich die Füße weh. Ach so, meinst du das? Ich dachte wegen der Hornhaut. Ich wollte gerade sagen, meine Füße sind wie ein Babypupo. Nein, nein, speziell hier von der Massagefunktion. Ja. Und da ist das gerade unter den Füßen an der Fußzone eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Ja. Sie können das übrigens jederzeit selber einstellen, ob Sie sich jetzt nur massieren lassen möchten mit einem von den drei verschiedenen Aufsätzen oder ob Sie jetzt nur die Jetdüse oder nur die Lichttherapie haben möchten. Sie können aber auch einzelne Komponenten natürlich jederzeit dazu schalten. Auch gerne alle drei Funktionen gleichzeitig nutzen. Wäre übrigens ein Modell, was ich Ihnen empfehlen würde. Wirklich volles Programm, ein bisschen Licht noch mit dazu, ein bisschen entspannte Musik, weil Licht und Musik in der Kombination bringen also auch eine Art Wohlbefinden und holt sie auch so ein Stück weit runter von dem Erlebten des Tages. Also das sind schon sehr, sehr tolle Möglichkeiten. Und durch die Luftaufsätze haben wir wirklich noch so einen gewissen Peeling-Effekt. Ja, genau. Und dann haben wir hier auch noch diese Knetaufsätze. Die sind auch ganz toll, wenn ich wirklich verspannt bin, wenn ich mich mal durchkneten lassen möchte. Die sind hier, die geben so ein bisschen nach, die sind sehr weich. Das heißt, das wirkt natürlich auch durchblutungsfördernd. Wenn ich jetzt sage, gut, ich habe so kleine Knubbelchen hier im Schulterbereich, die sind, da liegt es an der Verspannung. Dann hier auch wirklich diese kleinen Perlenaufsätze. Also hier ist für jedes Bedürfnis eigentlich etwas dabei. Und Sie sehen es, wenn ich es auswechseln möchte, einfach abdrehen und hier meinen neuen Aufsatz wieder reindrehen. So, mehr ist es nicht. Hier an der Seite sehen wir jetzt ebenfalls nochmal unsere Farbregler. Also die leuchten praktisch in allen Regenbogenfarben, die ich mir nur vorstellen kann. Natürlich rutschfest das Ganze auch hier wieder mit den Saugfüßen schön fixiert. Das heißt, Sie können sich Ihre Lieblingspositionen aussuchen. Die Wassertemperatur bestimmen Sie selber. Und dann drücken Sie eigentlich nur noch auf Start. Und dann kann die Entspannung losgehen. Sie müssen nicht mehr hinfahren zum Masseur. Sie müssen nicht mehr irgendwie mit nassen Haaren aus dem Wellness-Tempel nach Hause. Sie haben das jetzt alles zu Hause im heimischen Badezimmer. Und das für gerade mal 66,41 Euro mit der Bestellnummer NC5456. Und der 569. So, viel Wellness, viel zum Zusammenfassen. Viel Wellness, genau. Auch viele schöne Geschenkeideen. Geschenkeideen angefangen haben wir mit unserem LED-Duschkopf mit automatischem Vierfach-Farbwechsel. Das heißt, je nachdem, wie warm oder wie kalt das Wasser ist, je nachdem färbt sich auch der Duschkopf. Und das mit der NC3166 und der 569. Freuen Sie sich auf die Erlebnisdusche. Leuchtet allein durch Wasserkraft für 16,06 Euro. So, und dann haben wir natürlich auch nochmal unser Massagekissen vorgeführt. Und das ist wirklich eine ganz entspannte Angelegenheit. Das ist wirklich 5 Sterne Wellness-Luxus eben nur für zu Hause. Egal, ob für die Badewanne oder fürs Sofa oder fürs Bett ist es mannigfaltig einsetzbar. Aber eben auch hundertprozentig wasserdicht, dass Sie das Ganze schön auch in einer heißen Badewanne nach einem etwas anstrengenden Tag oder nach anstrengenden Feiertagen sicherlich auch mal ordentlich genießen können. Das Ganze zu haben für 18,91 Euro mit der NC510 und der 569. Dann ging es weiter mit unserer Whirlpool-Matte für die Badewanne. Das ist ein 5 Sterne Erlebnis aus dem Wellness-Hotel. Einfach nur reinlegen und Luxus genießen. Für die Kiddies ist es natürlich auch toll, wenn die langweilige Badewanne zum Blubbererlebnis wird. Und das mit der NC5455 und der 569 für 66,41 Euro ist es wirklich toll. Auch schön, ich kann auch ein Aromaöl hier noch hinzufügen, Lavendel oder Eukalyptus, was auch immer Sie mögen. So, dann ging es weiter mit unserer Badewannenmassage. Auch die ist richtig klasse, denn hier haben Sie quasi drei Dinge in einem. Sie haben zum einen diese wirklich erholsame Farbtherapie, Sie haben die Jetdüse, aber eben auch diese beiden austauschbaren Elemente für die Massage. Egal, ob das mit Noppen sind, ohne oder vielleicht sogar für die Füße, für die Hornhaut mit einem gewissen Peeling-Effekt. Auch das natürlich absolut wasserdicht für 66,41 Euro zu haben. Luxus für zu Hause mit der NC5456 und der 569. Ich finde es immer ganz toll, wenn man sich entspannt, wenn man neben die Badewanne noch so ein paar Kerzen dekoriert. Allerdings, Kerzen neben der Badewanne ist ein bisschen gefährlich. Haare brennen sehr gut und davon mal abgesehen, die Tropfen, die Rusen, die machen Wachsflecken. Es ist einfach, aber dieses Feeling ist einfach schön und romantisch. Sie können jetzt Kerzen haben, die a. nicht rusen, b. machen die keine Wachsflecken und c. kann man sich damit auch nicht verbrennen. Was machst du denn? Ah, du machst die Kerzen an und aus. Guck dir das an hier. Ist das nicht der Knaller? Warte mal. Aus? Ja. An. Cool. Aus? An. Das finde ich ja genial. Schwierig zu erkennen jetzt hier bei unserer Studiobeleuchtung, aber so einfach kann das gehen. Musst jetzt also nicht jedes Mal wieder aus der Wanne raus oder immer gucken, wo stelle ich die Kerzen hin, dass mir die Katze nicht dran vorbeiläuft oder der Hund mal dran vorbeiläuft. Musst dir selber keine Gedanken mehr machen, dass vielleicht auch irgendwann mal bei einer unbedachten Bewegung deine Haare in Flammen stehen oder ein Handtuchfeuer fängt oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur Genuss zum Wohlfühlen ohne irgendein Risiko zu haben. Es ist ja auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit hat man viele, viele Kerzen an. Dann sind da die Kinder, die da rumspielen. Das ist gefährlich, weil wenn du ein Kind sagst, bitte greife nicht in die Flamme, dann wollen die wissen warum und machen das erst recht. Oder auch wie du gerade sagst mit Tieren, ob das jetzt ein Hund ist oder eine Katze. Also hier bin ich auf der sicheren Seite. Vor allen Dingen kann ich diese kleinen Kerzen auch mal da aufstellen, wo man normalerweise Kerzen nicht aufstellt. In einem Bücherregal, in einer Vitrine oder wirklich in Ecken, wo du sagst, da kann gar keine Kerze hin. Das ist viel zu gefährlich. Auch gerne mal im Sommer auf die Terrasse, selbst wenn es dann ein bisschen windig ist. Eine normale Kerze würde immer wieder ausgehen. Richtig, ja, ja. Hier, die flackern ja auch so täuschend echt wie eine Kerze. Das heißt, ich sehe hier eigentlich, wenn ich jetzt nicht direkt davor stehe, gar keinen Unterschied, oder? Ganz genau, das ist der Punkt. Und Sie sind eben fernbedienbar. Zeigen Sie mir das mal mit einer echten Kerze. Das Schöne ist, Sie können sie hier mittels der Fernbedienung an- und ausmachen. Sie können natürlich auch jederzeit die Helligkeit einstellen. Ich sag mal von mittelhell bis ganz hell. Und Sie können sich sogar entscheiden, ob diese kleinen Kerzen flackern sollen oder ob sie ein gewisses Dauerlicht produzieren sollen. Gerade wenn Sie flackern, sehen Sie eine echte Kerze wirklich auf ein, zwei Meter zum Verwechseln ähnlich. Das ist schon spitze. Und LEDs haben übrigens eine Lebensdauer. So auch natürlich hier bei unseren Mini-LED-Kerzen, die wir Ihnen im Vierer-Set anbieten. Eine Lebensdauer von ungefähr 20.000 Stunden. Zeigen Sie mir das mal mit einem normalen Teelicht. Übrigens von der Größe her sind die genauso groß, beziehungsweise genauso klein wie ein normales Teelicht. Passen also auch von ihrer Größe in jede normale Teelichthalterung, die Sie vielleicht schon zu Hause haben. Hier haben wir es doch mal im Überblick. Für Sie im Vierer-Set für 12,26 Euro zu haben. Unser Vierer-Kerzen-Romantik-Set mit der Fernbedienung mit den zwei Helligkeitsstufen. Flackern oder Dauerlicht mit der NC 9144 und der 569. Richtig, ja und auch von Ihnen schon mehrfach, wenn ich genauer sage, zigtausendfach gekauft unsere LED-Echtwachskerzen. Das ist was ganz Besonderes, denn wie es der Name schon sagt, sie sind zwar aus echtem Wachs. Ja, deswegen mache ich auch gerne nochmal meinen ultimativen Fingernageltest, damit man auch wirklich erkennt, aha, es handelt sich hierbei um einen Echtwachsmantel. Also die haben einen echten Wachsmantel, aber in der Mitte, da befindet sich Hightech-Pur, nämlich eine kleine flackernde LED-Lampe, die dafür sorgt, dass man zwar denkt, hier steht eine richtige Kerze, weil sie auch so flackert, aber ich habe wieder kein Feuer, ich habe keine Wachsflecken, ich habe keinen Ruß. Und in der Weihnachtszeit ist es mal aufgefallen, wenn deine Frau ganz viele Kerzen aufstellt, irgendwann wird man müde, weil diese Kerzen so viel Sauerstoff verbrauchen. Ja, und du machst ja auch bei den Temperaturen kein Fenster auswischendurch. Richtig, und das hast du hier nicht, weil du hast ja keine echte Flamme. Das ist genau der Punkt und deswegen bin ich auch froh, dass du eben erwähnt hast, dass man natürlich auch diese Kerzen jetzt hier, die zwar einer echten Kerze zum Verwechseln ähnlich sehen, aber eben diese ganzen Risiken nicht mehr mit sich bringen, auch locker mal in eine geschlossene Vitrine stellen kann. Oder mal in einen Schrank, wo man wenig Platz nach oben hat, eine normale Kerze würde dann sofort entweder schwarze Stellen hinterlassen, Rußflecken hinterlassen oder was, aber hier brauchst du dir einfach keine Gedanken zu machen. Jetzt schauen Sie sich das mal an, wie täuschend echt das aussieht. Man würde doch aus so einer Entfernung nicht erkennen können, ist das jetzt eine richtige Kerze oder sag mal, was ist das? Die meisten gehen hin und fühlen mal eben, ob sie echt sind. Ja, zumal eine Kerze brennt ja auch nicht gerade runter, deswegen ist es hier auch schön gemacht, die sind so ein bisschen uneben und an der Seite, da befinden sich so kleine Wachstropfen. Weil das sieht wirklich aus, als wäre die Kerze runtergebrannt, als würden da jetzt an der Seite die Wachströpfchen herunterperlen. Finde ich schön, weil es gibt Kerzen, da siehst du sofort, aha, unecht, die finde ich nicht so schön. Aber die hier, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist auch so einer meiner Favoriten. Ich finde die vor allen Dingen auch hier in der Vierer-Zusammenstellung super. Wir haben also einmal 9,5 Zentimeter Höhe, die mittlere hat 12,5 Zentimeter Höhe und die ganz große kommt auf 14,5 Zentimeter Höhe. 7,5 Zentimeter ist der Durchschnitt und das ist also der Durchmesser. Und das ist also schon eine ganz schön stattliche Größe, finde ich, für diese Kerzen hier. Das sieht einfach toll aus. Im Badezimmer, natürlich als stimmungsvolle Beleuchtung über die Feiertage. Grundsätzlich in der dunklen Jahreszeit hat man es ganz gerne einfach gemütlich. Und wenn Sie sich abends einfach mal mit einem leckeren Tee und einem guten Buch oder was zurückziehen, auf Ihr Lieblingsplätzchen setzen und einfach ein bisschen Romantik genießen möchten. Vielleicht auch gerne mal zu zweit, das ist möglich, hier im Dreier-Set geliefert mit der NC 9015 und der 569. Und auch hier haben wir fast 40 Prozent Preisersparnis für Sie. Das Dreier-Set kommt also für 18,91 Euro zu Ihnen nach Hause. So, und jetzt wird es immer professioneller, denn jetzt bewegt sich sogar der Kerzendocht. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Dreier-Set, unsere LED-Kerzen. Und das ist was ganz Besonderes, denn die haben eine ganz neue Technik. Es funktioniert mit Magnettechnik. Das heißt, im Inneren der Kerze befindet sich ein Magnet und der dafür sorgt, dass sich mein Kerzendocht immer hier so ein bisschen hin und her bewegt. Das funktioniert jetzt natürlich nicht, weil ich sie gerade ankippe. Aber wenn man jetzt von oben drauf schauen würde, dann sieht man hier wunderschön, wie sich diese Flamme so hin und her bewegt. Genau, hier sieht man es ganz klasse. Immer hin und her, wie eine richtige Kerze. Da ist ein kleiner Magnet drunter und dadurch kommt dann eine gewisse Bewegung rein. Schauen Sie mal, auch ein normaler Docht, der Docht ist immer relativ starr. Aber natürlich wackelt ein Stück weit oben die Flamme, weil irgendeine gewisse Luftbewegung ist immer im Raum mit dabei. Ganz egal, ob Sie sich bewegen oder von mir aus mal ein Fenster auf kippt ist oder mal eine Tür auf ist oder was. Oder wenn grundsätzlich auch mal ein Tier durch den Raum läuft. Es ist immer eine gewisse Luftbewegung mit dabei und das sorgt dafür, dass so eine Kerze einfach etwas flackert. Das merkt man, wenn man abends auf dem Sofa sitzt, dann werden die Kerzen meistens relativ starr. Steht einer auf, fangen Sie wie wild an zu flackern. Aber genau das ist eigentlich das, was wir hier simulieren. Und das Schöne ist, dass wir Ihnen auch hier ein Dreierset anbieten können für deutlich unter 40 Euro. Für 37 Euro und 91 Cent, um genau zu sein. Und wir haben die Kerzen im Dreierset in drei verschiedenen Höhen. Mit 12,5, mit 18, aber auch mit 22,5 Zentimeter Höhe. Ist ein sehr, sehr schönes Dreiergespann, das mir sehr gut gefällt. Auch in dieser Farbe hier, ist ein bisschen knalliger ins Weiß gehend. Die anderen haben mehr so diese Pergamentfarbe. Das hier ist mehr so ein knalliges Weiß. Du weißt, was auch knaller ist, der Preis. Überleg doch mal. Diese ganz große Kerze hier, da habe ich die teilweise schon für 30 Euro gesehen. Eine Kerze. Sie bekommen hier ein komplettes Dreierset für 37,91 Euro. Die kauft man sich einmal und hat sein Leben lang Freude. Denn diese Candlelight-LEDs, die haben eine Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden. Es ist wirklich so, einmal investieren, immer Freude davon haben. So, jetzt hast du Gäste eingeladen am Heiligen Abend oder an Silvester oder zu einer anderen Gelegenheit. Gib mir doch mal den Salzstreuer. Ja, und patsch ist es passiert. Dann steht Ihnen entweder das Gesteck hier in Flammen oder Sie haben die Wachsflecken auf der Decke drauf. Oder es ist wunders, was anderes passiert. Hier passiert gar nichts. Dann nehmen Sie die Kerze einfach, stellen die wieder hin. Und gut ist die ganze Geschichte. Also, null Risiko, aber trotzdem die wunderschöne romantische Optik von nahezu echten Kerzen. Wer will Weihnachten schon anfangen, dann mit dem Löschpapier und Bügeleisen hier rumzuhantieren, damit die Wachsflecken rausgehen, das ist natürlich ärgerlich. Und deswegen sollten Sie hier ganz schnell zuschlagen, weil die, erinnere ich mich, als wir die das erste Mal vorgestellt haben, die waren rucki-zucki ausverkauft. Jetzt haben wir wieder dafür für Nachschub gesorgt. Und Sie können die natürlich auch wunderschön im Adventskranzier dekorieren, wie wir das gemacht haben. Es sieht natürlich auch sehr schön aus, sehr geschmackvoll. Und wenn ich das jetzt hier so stehen sehe, ich kann nicht erkennen, dass es sich hier nicht um eine richtige Kerze handelt. Oder kannst du das? Wir haben natürlich jetzt hier im Studio bei unserer Paradebeleuchtung immer so schlechte Karten, wirklich dieses Flackern oder diesen echten Schimmer der Kerzen wirklich deutlich zu zeigen. Aber ich glaube, hier sieht man es schon recht deutlich. Und auch zu Hause haben Sie ja jetzt nicht Heiligabend unter einer Neonbeleuchtung. Da wird es nur doch etwas dezenter von der Beleuchtung sein. Und dann kommen hier unsere Echtwachskerzen gerne auch hier im Dreierset ganz besonders schön zur Geltung. So, hier unsere Echtwachskerzen im Dreierset haben die Bestellnummer NC 89, 91 und die 569. Und der Preis, den Sie hier sehen, das sind für alle drei Kerzen. Nicht nur für eine, sondern gleich für alle drei. Und das mit der NC 89, 91 und der 569. Auch ein schönes Mitbringsel, wenn man jetzt mal irgendwo zum Adventsessen eingeladen ist. Ja, übrigens nicht nur über die Feiertage. Grundsätzlich macht es immer Sinn, vielleicht so etwas mal als Set, als kleine Geschenkreserve mal im Fach zu haben, um da vielleicht einfach mal ein schönes Mitbringsel zu haben. Ob Sie sie gleich zu dritt verschenken oder einzeln, das ist natürlich Ihnen überlassen. Vielleicht möchten Sie sie auch gerne behalten. Wir zeigen nochmal eben, was wir alles an Kerzen gesehen haben. Da waren schöne Geschichten dabei, alle natürlich im Sparpack. Und begonnen haben wir mit der Teelichtgröße. Und auch die gefällt unseren Zuschauern richtig gut, weil sie einfach nur praktisch ist. Oh ja, unsere Mini-LED-Kerzen im praktischen Vierer-Set. Die passen übrigens auch wunderbar in ein kleines Teelichtglas. Ist mir mal aufgefallen. Sieht auch sehr schön aus. Ich dekoriere dann gerne noch mit so ein paar Kaffeebohnen oder Sand. Also mit Kerzen mag ich unheimlich gern. Allerdings, was ich da nicht mag, die Wachsflecken. So und dann machen wir weiter mit unseren Echtwachskerzen. Und das sind unsere LED-Echtwachskerzen im Dreier-Set, die wir Ihnen gezeigt haben. Übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt, dass da ein Sleep-Timer mit dabei ist. Das heißt, Sie können die so einstellen, dass die entweder nach vier oder nach acht Stunden ausgehen. Oder natürlich jederzeit manuell an- und ausschalten, wenn Sie das möchten. Bestellnummer ist die NC9015 und die 569 für unter 20 Euro. Und da haben wir nochmal ein sehr, sehr schönes Dreier-Set. Ausgesprochen beliebt bei unseren Kunden. Auch das richtig schön zum Verschenken. Oder natürlich auch für sich selbst, für zu Hause. Genau. Und das mit der NC8991 und der 569. Die haben diese Magnet-Technik. Das heißt, der Kerzendocht flackert wirklich täuschend echt. So, und wenn wir es uns schon im Badezimmer gemütlich machen, dann finde ich, will ich mich doch danach auch in ein schönes, kuschelig, warmes Handtuch reinkuscheln. Was keine Allergien auslöst, sondern was besonders hautfreundlich ist, wie beispielsweise Baumwolle. Wenn ich mir ein Baumwoll-Handtuch kaufe, da kann ich richtig tief in die Tasche greifen. Ist dir das mal aufgefallen, Carsten? Du kannst ehrlich, wenn du mal schaust, je nach Anbieter und je nach Qualität, auch da gibt es natürlich Unterschiede, zahlst du für ein Handtuch in der klassischen Größe 50 mal 1 Meter. So diese typischen Handtücher, nicht die Badetücher, gerne mal um die 20, 25, auch schon 30 Euro habe ich gesehen. Selbst in diesen Outlet-Geschichten, die man da hat, also von namhaften Herstellern, kriegst du die also selbst zu Sonderpreisen nicht unter 20 Euro. Jetzt haben wir hier ein komplettes Vierer-Set, bestehend aus vier Handtüchern, zwei kleinere, also zwei klassische Handtücher mit 50 mal 1 Meter. Und dann haben wir natürlich auch noch die Badetücher mit dabei, 1,40 Meter mal 70 Zentimeter. Also für die Hände, fürs Gesicht oder eben für nach der Dusche. Das wäre jetzt auch so schön die Größe für die Frauen, wenn wir uns die Haare gewaschen haben, mal so als Turban herumwickeln, das mache ich immer ganz gerne. Das wäre das Kleine, da kommen zwei Stück mit zu Ihnen nach Hause und natürlich von dem ganz großen Badehandtuch, da kann man sich einmal mit ringsherum einkuscheln, das wäre jetzt das Große. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das nenne ich auch mal ein vernünftiges Schwarz, weil es gibt viele Schwarztöne, da weißt du schon von Anfang an, oh Gott, wenn ich die einmal wasche, dann ist es irgendwann ein Grau. Ja, die bluten so ein bisschen aus, ganz gerne mal von der Farbe her. Ja, aber die sind von Anfang an schon nicht richtig schön schwarz, die sind mehr so gräulich. Das ist ein schönes, sattes Schwarz, wie ich mir das vorstelle. Finde ich auch und ganz ehrlich, ich habe also auch zugegriffen, wir bieten Ihnen die Handtücher hier immer zu absolut unfassbaren Sonderkonditionen an und selbstverständlich habe ich da auch mal zugegriffen. Ich auch. Ich verschenke Sie auch dieses Jahr Weihnachten. Die halbe Firma hat das, glaube ich, getan, aber bei den Preisen, ganz ehrlich, wer da nicht zugreift, der ist es selber schuld. Handtücher kann man eigentlich nie genug haben, wenn Sie mich persönlich fragen, zum Verschenken, zum Behalten, vielleicht auch mal für eine Gästewohnung oder was, oder wenn mal Gäste kommen, hat man immer mal was Schönes in der Hand. Wir haben sie mittlerweile bestimmt schon 20, 30 Mal gewaschen. Ich habe also auch ein paar schwarze genommen, die braunen habe ich mir aber auch mitgenommen. Ich habe meiner Frau nichts gesagt und als das Paket dann kam, sie so, was hast du denn bestellt? Handtücher, du? Ich so, guckst du dir an. Total begeistert, hat sie einmal in die Waschmaschine geschmissen, einmal durch den Trockner gejagt, damit sich hier diese Faser so ein bisschen aufrichtet, damit sie diese typische Kuschelqualität bekommen. Also nicht so platt wie vom Einpacken sind und dann sind sie wirklich perfekt. Und zwar 20, 30 Mal waschen, sehen die genauso aus wie heute auch. Sind sehr, sehr farbecht übrigens. Genau, und die haben natürlich auch eine ganz tolle Qualität, auch hier mit dieser kleinen Zierbordüre. Sieht schön aus, ne? Sieht wunderschön aus. Das ist mal Qualität, wo ich sage, das für diesen Preis. 16,90 Euro, das bekommst du teilweise für ein einziges Handtuch in dem Fachmarkt, ja? Für ein einziges Handtuch 16,90 Euro. Und Sie bekommen es im Vierer-Set. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich schon spitze. Für 16,90 Euro bekommen Sie von uns eben das Vierer-Set. Und da sind zweimal die Handtücher mit dabei, mit 50 Mal 1 Meter Größe. Und dann haben wir natürlich auch noch zweimal das Badetuch mit 1,40 Mal 70 Zentimeter. Das komplette Vierer-Set also für 16,90 Euro. Mit der NC 8769 und der 569. So, wunderbar. Passt aber auch zum Schwarz ein schönes Grau. Und da rede ich nicht von so einem Mausegrau, sondern von so einem schönen Silbergrau. Schau dir mal an, wie das hier so reflektiert und leuchtet. Und dann kann man jetzt auch wundervoll die Zierbordüre sehen, die ich gerade auch angesprochen habe. Das ist für mich Qualität. Nicht nur, weil es aus Baumwolle ist, sondern natürlich auch hier ein paar Mal herumgeschlagen. Das heißt, es kann nicht ausfranzen. Und da kommen wir auch hier schon zum nächsten Qualitätsmerkmal. Denn bei den folgenden Handtüchern, die man sonst so kaufen kann, da ist immer nur so ein billiger Papierschnipsel. Hier haben wir ein richtig festes Band. Das ist mehrfach hier umgewickelt. Das heißt, egal wie fest ich hier ziehe, da kann nichts passieren. Ganz genau, kannst du schön aufhängen, mal einen Haken beispielsweise einfach zum Trocknen. Finde ich schon richtig Spitzenklasse. Waschbar natürlich sind sie. Das ist ganz wichtig, dass man sie zwischendurch auch mal durch die Maschine jagt. Bis 60 Grad können sie das gerne machen. Sind natürlich auch Trockner geeignet. Und deswegen bitte, wenn Sie die Handtücher nach Hause bekommen, natürlich sind die ein bisschen platt von der Verpackung. Einmal kurz durchwaschen oder einmal durch einen Trockner jagen. Das reicht eigentlich auch schon mal eben kurz eine halbe Stunde. Und dann hat man so diese, vielleicht auch so die eigene Duftnote mal mit drin. Vielleicht einen schönen Weichspüler oder was dazu, wenn Sie es mögen. Und dann hat man eben diese hundertprozentige schwere Frottee-Baumwoll-Qualität. Genauso wie man sich das wünschen möchte, gerade jetzt in dieser dunklen und nasskalten Jahreszeit. Auch hier als Viererset mit der NC 8772 und der 569. Auch hier die vier Stück. Zweimal 50 mal einen Meter und zweimal 1,40 auf 70 für 16,90 Euro. Weitere Farben haben wir natürlich auch und die werden wir auch noch zeigen. Das ist meine Lieblingsfarbe übrigens. Schönes royales Blau. Ich liebe dieses Royal Blau. Also wenn ich morgens ins Badezimmer gehe und diese Handtücher sehe, da freut man sich einfach nur drüber. Und ich habe jetzt auch bewusst mal hier das Zettelchen, dass man das hier sieht, weil wir reden hier wirklich von 100% Baumwolle. Normalerweise bei diesem Preis, da bekommt man irgendein billiges Gemisch von 50% Baumwolle und 50% Polyester oder irgendwas anderes. Hier, das ist für Allergiker, das ist hautfreundlich hoch 10, liebe Zuschauer. Es ist ein Material, man will sich hier nur reinkuscheln. Und das ist wichtig, dass ein Handtuch nicht nur so kratzt und vor allen Dingen auch schön aussieht. Ich finde es ganz wichtig, wenn Sie noch Handtücher von vor 20 Jahren haben, mit so bunten Disney-Figuren, mit Löchern, rangieren Sie die wirklich mal aus. Der Saum ausgerissen. Ja, rangieren Sie die mal aus und da ist mal wieder Platz für Neues. Ich meine, es ist ja auch peinlich, wenn du da mal Gäste bekommst, dann hast du da so zusammengewürfelte Geschichten. So mit Blümchenmuster und so weiter. Hier in der Farbe Blau übrigens die NC 8775 und die 569. Der Preis auch hier wieder für das Vierer-Set 16,90 Euro. Da glauben Sie mir bitte, dass da die meisten Zuschauer nicht nur ein Set bestellen, die meisten bestellen gleich drei oder vier, weil Handtücher kann man eigentlich nie genug haben. Da bin ich der Meinung, kann man vielleicht mal die ollen Hündchen auch zu Hause aussortieren und dann holen Sie sich einfach mal ein bisschen was Frisches, was Neues und vor allen Dingen auch mal eine etwas peppige Farbe, wie zum Beispiel unser Orange. Und das finde ich mal richtig cool. Wenn du jetzt so ein etwas schlichtes Badezimmer hast und peppst das mal mit so einer Farbe auf, ist doch super hier. Also ganz ehrlich, es ist ja tatsächlich so, im Badezimmer ist es immer schwierig, farbenfroh einzurichten, weil du hast dann deine Badezimmer-Schränke, meistens in Holz oder in Weiß, die Fliesen sind vielleicht weiß oder beige. Und da ist es doch mal toll, wenn ich hiermit schöne farbliche Akzente setzen kann. Und mit diesem Orange, da geht jeden Morgen für Sie privat die Sonne auf, oder? Das sind die Oranje hier, die würden dem Harry wahrscheinlich sehr gut gefallen, oder? Stimmt. Ich mag das auch immer ganz gerne. Genau die Farbe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich wickele die bei mir zu Hause immer gern so als Sushi-Rolle. Ja, weil dann kannst du das schön dekorieren. Auch ganz gern mal, wenn jetzt Gäste kommen, dann sieht das einfach hübsch im Badezimmer aus, wenn du dann hier so ein paar kleine Sushi-Rollen liegen hast. So, wie in einem Luxushotel. Genau so ist das. Blümchen noch oben drauf. Ja, ganz genau. Bitte, das ist Stil. Das hat Niveau. Und wenn man so seine Gäste begrüßt, wenn sie vielleicht nicht die Farbe Orange wollen, sondern vielleicht ein bisschen dezenter, in Blau, in Schwarz oder in Grau beispielsweise, oder in einem schönen Rot, das zeige ich mir gleich auch noch. Du kannst auch kombinieren. Wäre das auch mal eine schöne Geschichte. Finde ich super. Schwarz-Orange. Gerade für einen Zwei-Personen-Haushalt bist du mit einem so einem Set eigentlich ganz gut dabei. Wenn man noch Kinder hat, wissen Sie selber, braucht man immer mal ein, zwei Handtücher mehr. Die machen sich gerne mal etwas schneller schmutzig. Deswegen immer mal einen schönen Vorrat bestellen und für 16,90 Euro, das Vierer-Set, da kann man wirklich nicht meckern, ist diese schöne, schwere, griffige Frotte-Qualität. 100 Prozent Baumwolle bis 60 Grad Waschbartrockner geeignet. Also wirklich perfekt und den Orange zu haben mit der NC 8781 und der 569. Apropos Kinder, du hast mir da auch ein gutes Stichwort gegeben. Warum bestellt man sich nicht verschiedene Sets? Für die Kinder das Orange, für die Erwachsenen das Schwarze oder das Bordeaux-Rote. Dann kommt es nicht zu Verwechslungen und ich finde das Bordeaux-Rote was ganz Besonderes. Weil wenn du mal in so ein Geschäft gehst, da gibt es so diese typischen Farben. Beige und weiß und naja, vielleicht noch ein Grau. Aber so schöne, besondere Farben sieht man eher selten. Und dieses Bordeaux-Rot würde auch jetzt schön aussehen für alle, die zum Beispiel schwarze Badezimmerfließen zu Hause haben. Oder so sehr clean eingerichtet sind, auch weiße Badarmaturen, finde ich das ganz toll. Das sieht gerade, ich finde das ist eine sehr, sehr edle Farbe, dieses Bordeaux-Rot. Wenn du jetzt vielleicht ein etwas moderneres Badezimmer hast, vielleicht so diese etwas leicht eckigen Elemente oder vielleicht diese runden Waschbecken. Und da vielleicht ein bisschen etwas schwungvolle Armaturen, da gibt es ja tolle Sachen momentan. Vielleicht hast du ein bisschen so die Steinoptik gemacht. Ich schweife aber schon wieder ab. Da passt sowas natürlich ganz hervorragend dazu, übrigens auch zu dunklen Hölzern. So Kirschbaum oder Mahagoni, das sieht fantastisch aus. Gerade dieses Bordeaux-Rot ist dann etwas dunklerer von der Art her. Aber das finde ich immer gleichzeitig sehr, sehr edel hier. Das fässt sich so schön an. Das ist so angenehm, oder? Das ist für mich Qualität, weißt du? Da habe ich auch noch nach fünf Jahren Freude daran, ohne dass die so komisch dann so dünn werden und die Farbe weggeht. Das ist richtig gute Qualität. Und ich weiß, es gibt ja so Mikrofaser-Handtücher und alles, aber für mich gehört in einem Badezimmer ein schönes Baumwoll-Handtuch. Weil gerade ich mit meinen langen Haaren, weißt du? Funktioniert. Gerade ich mit meinen langen Haaren, da ist es mir auch wichtig, dass diese Handtücher viel Feuchtigkeit aufnehmen. Absolut. Das ist ganz entscheidend. Ich hasse es, wenn ich aus der Dusche rauskomme. Am besten ist es noch kalt, weil sie vergessen haben, das Fenster zuzumachen. Und dann wollen sie schön wohlig warm einwickeln und dann schieben sie eigentlich das Wasser vom Oberkörper zu den Beinen und wieder zurück. Das muss nicht sein. Dann lieber 100% Baumwolle. Die ist ordentlich saugstark und sehr, sehr angenehm übrigens auch auf der Haut. Gerade auch durch die Tatsache, dass sie eben auch trockener geeignet sind, kann man so diese schöne, schwere Frotte-Qualität ganz klar hervorheben. Sehr, sehr schön gemacht. In der Farbe Bordeaux, die NC 8778 und die 569. Auch hier wieder ein Knallerpreis. 16,90 Euro für insgesamt vier Stück im schönen, praktischen Sparset. Und damit kommen wir zu meiner Lieblingsfarbe, weil mein Badezimmer ist relativ dunkel. Ich hatte ja auch gesagt, ich habe so dunkle, schwarze Badezimmerfliesen, kein Fenster. Und da mag ich es immer ganz gerne, wenn man da so das Ganze durch ein bisschen helle Sachen aufwerden kann. Nur sind mir jetzt weiße Handtücher ein bisschen zu weiß, weil wir Frauen und Make-up, da siehst du jeden Fleck auf weißen Badehandtüchern. Und deswegen liebe ich diese Beigefarben, weil das ist einfach, das siehst du dir einfach nicht über. Das brauchen wir nicht drum herumreden, das ist eine schöne Farbe, die sieht man sich nicht über und freut sich jeden Tag in diese Handtücher zu wickeln. Ich finde, das hat was Edles, was Cleanes, so was Engelshaftes, so ein Stück weit. Gerade so die hellen Farben zeigt für mich immer eigentlich ganz deutlich, da liegt jemand Wert auf Hygiene. Das ist einfach sauber, das ist ordentlich. Und insofern finde ich das einfach eine klassische, zeitlos schöne Farbe, zumal es eben hier nicht dieses Hartweiß ist, sondern wirklich dieses Beige, dieses Perlweiß, Cremeweiß würde man wahrscheinlich dazu sagen. Diese Cremefarben kannst du auch wunderbar mit allen möglichen Farben kombinieren. Ob das jetzt schwarz ist, ob das weinrot ist, ob das dieses Royalblau ist. Es sieht einfach unheimlich schön aus und es wirkt auch nicht zu überladen. Schreiben auch unsere Kunden, gute, weiche Qualität sehr weiter zu empfehlen. Und ich kann es auch nur weiterempfehlen, ich liebe meine Handtücher, ich gebe die so schnell auch nicht mehr her. Weil, ganz ehrlich, für knapp 16,90 Euro bekommst du bei anderen Fachhändlern wirklich ein einziges Handtuch. Da kannst du wirklich mit der Lupe suchen, um so etwas in dieser Qualität zu diesem Preis zu bekommen. Normalerweise kriegst du eins, wenn du Glück hast, vielleicht mal zwei irgendwo im Ausverkauf. Aber vier Stück für 16,90 Euro. Zwei kleine und zwei große habe ich so in dieser Form noch nirgendwo gesehen. Beige hat die NC 87,84 und die 569 übrigens für Sie. Und jetzt haben wir viele verschiedene Farben gesehen. Vielleicht möchten Sie da ganz gerne gleich nochmal eine kleine Übersicht haben, bevor wir das aber machen. Achso, doch, da haben wir sie schon. Wir haben erstmal noch die Zusammenfassung. Wir haben begonnen mit schwarz mit der NC 87,69 und der 569 für 16,90 Euro im praktischen Vierer-Set. So, dann sehen wir hier die Farbe Grau. Das hat die NC 87,72 und die 569. Auch hier vier Stück für 16,90 Euro. Und da sehen wir schon die Farbe Blau. Ja, und das mit der NC 87,75 und der 569 im Vierer-Set ebenfalls für 16,90 Euro. So, hier eine etwas peppige Farbe. Das wäre Orange mit der NC 87,81 und der 569. Auch hier vier Stück für 16,90 Euro. Dann Bordeaux Rot, NC 87,78 und die 569 im Vierer-Set für 16,90 Euro. Und zum guter Letzt haben wir auch noch die Farbe Beige kennengelernt. Das ist dann die NC 87,84 und die 569. Und auch hier ein Preis von 16,90 Euro. Das Rot hat gerade ein bisschen irritiert. Das sah mehr so knallig rot aus. Die Farbe, die wir anbieten, ist mehr so ein richtig schönes Bordeaux Rot. Also ein eher etwas gedeckteres Rot. So, das hat mich gerade so ein bisschen aus dem Ablauf der Sendung geschossen, weil ich mich ehrlich gesagt da sehr drauf freue. Denn unsere Pearl-Badementel sind wirklich Spitzenklasse. Kannst du immer gebrauchen, egal ob nach der Dusche, in der Sauna oder von mir aus auch mal morgens zum ersten Kaffee oder wenn auch von mir aus der Postbote mal klingelt oder Sie zum Briefkasten gehen möchten. Ein Bademantel ist ein Muss für Jung und Alt, für Männlein und Weiblein. Und wir haben ihn in zwei verschiedenen Farben für. So ein Bademantel ist auch mal toll. Sonntag nach dem Frühstück ewig auf der Couch schlungen und dann noch im Bademantel rumsitzen und fernschauen. Da ist es natürlich auch wichtig, wenn man die die ganze Zeit anhat, dass sie eine tolle Qualität haben. Und hier reden wir von bester Qualität. Wir reden hier nämlich vom flauschigen Baumwollfrottee. Das ist so kuschelig und angenehm, dass es auch selbst für die Allergiker unter Ihnen bestens geeignet ist. Und Sie sehen auch noch wunderschön aus. Und wie fühlen Sie sich an? Ich bedauere es fast, dass ich normale Kleidung drunter trage. Das also wirklich auf der Haut pur. Schau mal. Schön, wow. Professor Brinkmann zur Visite, bitte. Aber wenn ich das so sehe, dann fällt mir auch gerade Sauna ein. Gerade in den kalten Monaten gehst du auch ganz gerne mal in eine Sauna oder so. Wo sind die Taschen? Hier sind doch die zwei Taschen drin. Hier, da. So, wenn Sie jetzt mal eben schnell zum Briefkasten wollen, mal eben die Tageszeitung rausholen wollen. Draußen ist es nass und kalt. Dann flitze ich doch mal eben so schnell dahin, oder? Oder wenn man den Postbot mal eben die Tür aufmachen möchte. Ganz angenehme Qualität hier. Ich bin schwer angetan davon. Vor allen Dingen nicht so schwer und so dick wie so diese typische Frotte-Qualität von früher. Wo man das Gefühl hatte, man hat so einen 30-Kilo-Mantel auf der Schulter. Sehr angenehm zu tragen. Und ich bin 1,80 groß und trage jetzt hier die Größe L für Sie. Das ist also auch meine normale Größe. Also absolut grösseneutral. Also wenn Sie sonst die Größe L tragen, bestellen Sie bitte auch hier die Größe L. Haben Sie sonst die Größe M, bestellen Sie bitte hier die Größe M. Wobei wir sie von S bis XXL haben. Also da ist wirklich für jede Größe und für jeden Umfang das Passende dabei. Wir haben hier auch ein aufgesticktes Emblem. Also kein aufgeklebtes. Das wäre nämlich nicht so toll. Hier ist wirklich das Ganze aufgestickt. Auch das steht natürlich wieder für Qualität. Und das Schöne an dem Baumwollfrottee-Gemisch ist auch, dass es besonders saugfähig ist. Also gerade wenn es jetzt auch mal im Winter schnell gehen soll. Ja, wenn man einfach keine Lust hat, sich abzutrocknen. Dann einfach unseren Bademandel anziehen und schon geht es hier los. Und da wird man auch ganz schnell wieder trocken. Aber ich finde das super angenehm. Wir haben ja verschiedene. Wir haben ja auch die aus dieser Mikrofaser. Die sind ja etwas dünner. Ich muss zugeben, das hier ist eigentlich mehr so meins. Diese etwas schwerere, etwas kräftigere Qualität. Sehr, sehr angenehm. Sind auch natürlich alle waschbar bis 30 Grad in der Waschmaschine. Bügeln muss man die gar nicht. Die hängt man einfach mal platt auf. Gefällt mir besonders gut. Und wie gesagt, falls Sie ein Saunagänger sein sollten, auch dann finde ich das toll. Weil in der Sauna, da sieht man, das ist ja eine Öffentlichkeit, da wird man auch gesehen. Und da will man natürlich auch nicht so ein Fetzen da anhaben. Da will man was Hochwertiges, was Schönaussehendes haben. Was ich super finde, ist der Kragen hier. Schau mal, den kannst du natürlich rumklappen, wenn du das möchtest. Ich persönlich habe das aber ganz gerne, weil so aus der Dusche raus, hast du den Haaransatz noch ein bisschen nass. Kannst du ein bisschen hochklappen hier. Ja, wird auch gleichzeitig der Hals noch so ein bisschen, beziehungsweise der Nacken noch so ein bisschen geschützt und noch so ein bisschen warm gehalten. Ah, hör mal, der ist aber kuschelig. Der ziehe ich gar nicht mehr aus heute. Ich moderiere heute den Bademantel. Einverstanden? Finde ich gut. Finde ich sehr befehlend. Cool. Und jetzt gerade, wenn die Weihnachtsfeiertage anstehen, da sitzt man ja auch ganz gerne mal ewig beim Frühstück. Und ja, verquatscht sich da noch so ein bisschen. Und dann soll man natürlich auch warm stecken. Und das tun sie definitiv. Eine Aufhängeschlaufe haben wir übrigens auch noch. Das ist die hier drin. Sehr schön. Ich drehe mich mal gerade damit, wenn wir von allen Seiten sehen können. Weil Bademantel, viele hängen das ja auch einfach so hinter die Tür. Da kann man das hier mit dieser hochwertigen Aufhängeschlaufe auch super machen. Ja, aber er muss ja austrocknen, sonst fängt er ja an zu müffeln. Deswegen haben wir die Aufhänger, die Schlaufe mit dabei. Super. Ich finde es auch sehr schön. Auch hier wieder beste Qualität. Also der ist richtig fest angenäht. Da kann auch nichts passieren. Ist auch ein ganz tolles Geschenk. Also in Kombination mit unseren Kerzen vielleicht. Finde ich das ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Also wenn ich sehe, was der kostet. Wir liegen bei 28,61 Euro mit über 70 Prozent Preisvorteil. Übrigens nur mal by the way an dieser Stelle für Sie hier, liebe Zuschauer. Da sind Sie normalerweise in dieser schönen, 100-prozentigen Baumwoll-Qualität. An anderer Stelle gern mal mit 70, 80 Euro oder mehr mit dabei. Je nachdem, was Sie da für einen Anbieter wählen. Zum Teil bezahlen Sie natürlich auch ein Stück weit den Namen mit. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, wir möchten Top-Qualität anbieten. Aber den Leuten nicht so tief in die Tasche greifen, wenn Bademantel kann man immer gebrauchen. Hier haben wir die verschiedenen Größen. In der Größe S die NC 85 80 569, die Größe M die NC 85 81 569, L die 85 82 569, XL die 85 83 569 und in der XXL die NC 85 84 569. Preise übrigens immer die gleichen, egal für welche Größe Sie sich entscheiden. Den weißen, den du gerade anhast, finde ich jetzt auch ganz toll für uns Frauen. Und Anthrazit wäre dann auch was Schönes für die Männerwelt, oder? Ach, wir tauschen. Ich brauche ein L. Wollen wir mal tauschen? Okay, Größe L habe ich ganz zufällig für dich. Dann darfst du die Größe L anziehen. Das hat nochmal so ein bisschen einen maskulineren Touch, dieses Anthrazit. Das glänzt aus. Hier ist L? Genau. Okay, dann tauschen wir mal ganz klingend. Ich finde ganz ehrlich, also sowohl Weiß als auch Anthrazit kannst du als Mann und auch als Frau hervorragend tragen. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Da mag ich mich gar nicht einmischen oder mir anmaßen, Ihnen da eine Vorstellung vorzugeben an dieser Stelle hier. Nimm sich die Farbe raus, die Ihnen am besten gefällt. Der glänzt die Sand. Aber die ist doch super hier, schau mal. Also da denkt man wirklich, du hast irgendwie Seider an oder Sand oder irgendwas. Schick ist auch, oder? Sieht ganz hochwertig aus. Das sieht aus, als hätte man dafür knapp 100 Euro ausgegeben. Das ist übrigens auch der ursprüngliche Preis. Das hat dieser Bademantel vorher gekostet. Und Sie bekommen ihn für einen Preis von unter 33 Euro. Wahnsinn. So, die beiden Taschen wieder mit dabei. Da kannst du auch gerne mal schnell was reinpacken. Eine Moderationskarte oder ein Schlüssel oder was. Ja, was wir eben gerade zur Hand haben. Oder mal ein Tempotaschentuch oder so. Ja, wenn man so erkältet ist. Kennst du das, wenn du erkältet bist? Dann liegst du eigentlich auch noch so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve irgendwo im Bett rum. Und wenn du dich dann aufquälen musst, dann noch anziehen. Dann mal eben schnell einen Bademantel drüber schmeißen. Vielleicht mal eben bei der Nachbarin klingeln. Sag mal, hast du nicht mal ein, zwei Teebeutelchen Kamillentee oder eine Packung Zwieback oder was für mich? Dann doch lieber so, oder? Da kann man sich durchaus mal mit sehen lassen. Sieht schön aus. Hat so diesen schönen Schimmer hier. Ja, es sieht sehr hochwertig aus. Es sieht nicht nur hochwertig aus, es ist auch absolut hochwertig. Auch hier wieder dieses Baumwollfrottier-Gemisch. Und dieser Glanz, der vermittelt einem auch so ein bisschen Luxus, Wellness überhaupt. Also ich verbinde Bademantel immer mit teuren Hotels. Die legen einen ja einen Bademantel auch bereit. Den kann man dann auch gerne mitnehmen. Und der hier sieht wirklich sehr wertig aus, sehr teuer. Und ein Bademantel gehört für mich auch so zu dem Moment, wo ich dann sage, jawohl, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt habe ich Feierabend. Vielleicht kommen sie ja abends nach Hause. Gehen schon mal in die Dusche, weil sie sagen, ach, der Tag war anstrengend. Ich habe jetzt das Bedürfnis, mich zu duschen. Dann ab in den Bademantel und dann schön nochmal auf die Couch fläzen und ein gemütliches Büchlein lesen, oder? Das ist genau der Punkt. Krankenhaus ist ein anderes Beispiel. Wenn Sie vielleicht irgendwie eine Operation oder was vor sich haben, im Bekannten, im Verwandtenkreis, hat da vielleicht jemand was vor sich. Auch da läuft man natürlich dann ein Stück weit über die Gänge drüber. Wollen Sie es im Pyjama machen oder was? Dann doch lieber einfach mal einen Bademantel haben. Vielleicht sogar in einer neutralen Farbe, in weiß. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, dass mir die Farbe Anthrazit richtig gut gefällt. Ganz ehrlich an und da werde ich zugreifen. Den finde ich super. Der passt wie angegossen hier. Ist ausgesprochen angenehm zu tragen. Du trägst ja auch privat sehr viel. Auch so ein bisschen Grau und Anthrazit. Der steht hier wunderbar. Dankeschön. Wie für dich gemacht, finde ich ganz toll. Wird deiner Frau bestimmt auch gefallen. Und wenn Ihnen der Anthrazitfarbene auch gefällt, dann müssen Sie jetzt eigentlich nur noch Ihre Größe auswählen und bestellen. Weil für diesen kleinen Minipreis werden Sie es so schnell wahrscheinlich nicht wiederbekommen. Finde ich super. Also den muss ich haben. Wie gesagt, nochmal. Ich bin 1,80 groß. Und trage jetzt hier für Sie die Größe L. Also von der Größe her sind die absolut größenkonform zu den Größen, die Sie normalerweise auch tragen. Also wenn Sie sonst eine L tragen, würde ich auch hier zu einer L greifen. Wenn Sie sonst vielleicht eher zu M oder zu XXL greifen, würde ich da auf die entsprechenden Größen gehen. Der Preis ist immer der gleiche. Liegt auch in der Farbe Anthrazit bei 32,51 Euro. Und ganz ehrlich, der Anthrazitfarben ist mir. Lassen Sie bitte noch einen in der Größe L übrig. Das machen wir, lieber Carsten. Aber erstmal dürfen Sie natürlich zuschlagen. Hier entweder Größe S, M, L, X, L oder XXL. Für jeden das Passende dabei. Das ist doch so was richtig Schönes zum Wohlfühlen, zum Reinkuscheln. Und auch gerne mal, wenn Sie jetzt vielleicht über Weihnachten verreisen, wenn man in einem schicken Hotel ist, dann nehmen Sie sich doch Ihren Bademantel einfach mit. Ja, wenn du dann mal eben vom Hotelzimmer mal eben runter in die Sauna gehst oder was, oder mal eine Runde durch den Hotelpool schwimmen möchtest oder was, vielleicht auch mal im Skiurlaub, dann bist du froh, wenn du so einen Bademantel dabei hast. Vor allen Dingen einen, der jetzt nicht 20 Kilo wiegt, sondern einen, den du also auch mal locker in die Reisetasche, in der Reisetasche mit dir nehmen kannst, hier in den Urlaub. Auch schön zum Verschenken jetzt gerade, falls Sie noch immer verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk sind. Ich glaube, jeder freut sich über Wellness und vor allen Dingen in Kombination mit unseren Bademanteln und mit den Handtüchern oder mit den Kerzen ist das doch wirklich was Wunderbares. Ich finde das super. Also gerade diese Sendung mit der Überschrift Wellness und Gesundheit, glaube ich, da haben wir viele verschiedene Dinge gezeigt, die ganzen Massagegeschichten zu Beginn. Wir haben Ihnen natürlich auch die schönen Kerzen, so für die romantische Deko drumherum gezeigt. Und natürlich auch zum Abschluss hier diese tollen Bademantel. Nicht zu vergessen, auch bitte unsere tollen Handtuchssets für 16,90 Euro, vier Handtücher. Da muss man erstmal suchen, dass man vergleichbare Preise in dieser Qualität überhaupt irgendwo anders an anderer Stelle bekommen kann. Ich behaupte, das wird so gar nicht möglich sein. So, hier zeigen wir Ihnen gerne nochmal die verschiedenen Größen in den unterschiedlichen Farben. Fangen wir mit der Farbe Weiß an. Kriegen Sie in der Größe S mit der NC 8580 und der 569. Dann die Größe M mit der NC 8581 und der 569. Und dann haben wir die Größe L für Sie. Nochmal bitte, das wäre meine Größe bei 1,80 Körperhöhe. Das ist die NC 8582 und die 569. Oder die Größe XL mit der NC 8583 und der 569. Wobei ich ja der Meinung bin, wenn du den Bademantel nur mal zu groß kaufst, ist es nicht schlimm. Du sollst dich auch wohlfühlen. Es ist wurscht, es darf ruhig ein bisschen schlabbern. Größe XXL haben wir natürlich auch noch. Das wäre die NC 8584 und die 569. Der Preis ist unisono immer der gleiche, egal für welche Größe Sie sich entscheiden. 28,61 Euro. Das war jetzt die Farbe Weiß. Wenn Sie es vielleicht etwas, ich sage mal, allein von der Farbe hier ein Stück weit edler mögen, ein bisschen was anderes, ein bisschen extravaganter rangehen wollen, dann haben wir es natürlich auch in der Farbe Anthrazit für Sie. Und auch die zeigen wir Ihnen hier nochmal mit den verschiedenen Größen. Fangen wir mit der Größe S an. Das ist die NC 8585 und die 569. Das wäre jetzt übrigens meine Größe. Ich bin 1,77 groß. Also falls auch Sie so groß sind, dann würde ich zur Größe S tendieren. Größe M wäre dann die NC 8586 und die 569. Dann haben wir die Größe L, das ist die NC 8587 und die 569. Bitte noch einen übrig lassen, den brauche ich zwingend. Den finde ich super. Größe XL mit der NC 8588 und der 569. Und dann haben wir natürlich noch die Größe XXL, das ist die NC 8589 und die 569. Auch hier ein super Preis, gerade mal 32 Euro und 51 Cent. Das sind fast 70 Prozent Preisersparnis gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung seitens des Herstellers. Damit sind wir eigentlich durch, oder? Ja, diesen Preis, den Sie eingeblendet sehen, das ist unser Pearl TV Vorzugspreis oder auch Sonderpreis genannt. Der ist allerdings nur zwei Stunden gültig. Das heißt, falls Sie sich jetzt alle Artikelnummern aufgeschrieben haben, was Sie sich bestellen möchten, dann bestellen Sie innerhalb der nächsten zwei Stunden. Ansonsten fällt es nämlich wieder zurück auf den regulären Preis. Sie sollten schnell anrufen. Und egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, wenn Sie vielleicht morgens was gesehen haben, abends, mittags, wie auch immer, Sie bezahlen nur ein einziges Mal Versandkosten. Und ab einem Wert ab 150 Euro fallen die Versandkosten sogar weg. Und ich finde, gerade in der Vorweihnachtszeit kriegt man schnell mal 150 Euro zusammen. Da kommt ganz schön was zusammen. Wir haben Ihnen tolle Geschenkideen gezeigt. Wir haben Ihnen auch gezeigt, dass auch nach den Weihnachtsfeierlichkeiten und auch nach der Jahreswende sicherlich noch mal ein paar gemütliche Momente kommen können. Decken Sie sich ein, greifen Sie zu. Wir wünschen ganz viel Freude. Viel Spaß.